Hallöchen ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Oxenfree. Ich bin nur hier schon mal hochgelaufen, weil als ich dann neu gestartet habe das Spiel, dann wurde natürlich nochmal der Dialog abgespielt, den wir am Ende der letzten Folge schon gesehen haben. Sorry, ich habe eben so ein komisches Geräusch in meinem Ohr gehört, aber ich glaube, das war der Knopf von dem Headset, das mir ein bisschen rausgerutscht ist. Ich habe mich nur total erschrocken. Okay, jetzt, ich habe mich wieder gefasst. Die brauchen immer so lange, ne, hier an dem Turm, bis die hochkommen. Da ist Nona, mit der können wir ja gleich erstmal ein bisschen schnacken, wie es hier so geht. Wir sind, wie wir da sind. Wir haben etwas in der Nähe, und es war wie Gabriel den Trumpeten. Alles war schrecklich. Und, äh, schäuze. Ja, oh, ich habe es. Das ist toll, das ist perfekt, ich weiß genau was zu machen. Du? Ja, total, es ist Maggie Adler. Maggie Adler? Ja, sie hat eine Boat. Hat eine Boat. Ich meine, die Boat ist still hier, aber sie ist nicht. Oh, boy. Danke Gott für das, Memory. Ja, endlich, was das positive war. Ja, das war alles durch all die hysteria. Meine sister, Allie, worked at the Park's office in town. Sie hat to deliver that old woman her mail every day. Ich weiß, dass sie die key haben. Okay, so... No, 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 we are not. We are not going to go with the plan. The first plan put forth by the group's resident, Burnout. Hey, come on. I'm not a Burnout, okay? Well, and I'm not saying it's the best plan, but what other plan is there really, Jonas? Oh, I don't know. Fix the radio, find Clarissa, set fire to the mug shop, and these are just off the top of my head. Yeah, I'm so worried about Clarissa. Wait, set fire to the mug shop? I'm not saying literally do that. I'm just... There's other things we can do. But there isn't. Wren, understand? It is completely your fault that we're in this to begin with. What? And now you want us to trust you when things are really bad? You had Alex bring the radio. You brought us here. Come on, Jonas, this is nobody's fault. Ghosts are never anybody's fault, certainly not ours. Yeah, guys, this isn't really a... productive. It should be obvious to even the cheap seats that you're the only new weirdo who throws this whole social harmony thing we got going on out of whack. I mean, we all grew up with each other. Alex... Okay, Wren, just take a step back, all right? Jonas isn't a weirdo. He's a... he's a good guy. What? Your good guy is like deploying a missile barrage of insanity on me right now. The stories I heard about this guy, he's a maniac, okay? He's gonna trash our only legitimate means of getting out of here if you buy into this crap. Legitimate means? What are you even talking about? You have no idea if there's a boat down there... Guys, stop it. Stop. The collective neuroses call a truce, okay? Yes, please. Look, I don't care what caveman Jonas says, there is a boat at Maggie Adler's house. And the key to her house is back on Main Street. And the backup plan for when this thing fails spectacularly is two of us have to stay here by the semi-functioning walkie-talkie. Fine by me. Alex has the radio. Are you okay to go into town? Not that you... Not that you wouldn't be okay. Yeah, it's not like... You know... I'm fine. Whatever, I'm ready. She shouldn't... You shouldn't go alone. We don't need, like, three of us up here. Yeah, I'll totally go. It's my, like, brilliant idea or whatever. Are you kidding? Your food is gonna start kicking in any second. Beyond that, you're a completely unreliable basket case. I am not a basket case. You, uh... Just shut up. Both of you. Sorry. Okay, keeping in mind who you've been able to depend on the whole night... Yes, keeping in mind who you're tired of... Keeping in mind who's taller... Who do you want coming with you? Yeah, your oldest pal. Oh my god. Nona? Wanna come with me? Really? I mean... I guess... I guess... Why are you making me shack up with this guy? It's my friggin' plan. We've been together the entire night. It's only my idea. We'll be back later. So play nice in the meantime. They'll be... We'll be... You'll be fine. This is a total punt, Alex. Yeah, this isn't... No, it's fine. This will be a good... Blah, 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 er got old. Oh, ich doch. Oh my god. Bis dahin müssen wir... Alles klar. So, was können wir uns hier denn noch anschauen? Ren. Okay, er sagt dazu nichts. Er wird also möglicherweise weitere Brownies essen. Hier draußen können wir nochmal mit Jonas reden. Oh, jetzt sind beide sauer. Die sollen sich nicht so anstellen. Bestimmt können die sich jetzt auch ganz gut anfreunden, wenn die hier zusammen sind. Jonas und Ren. Werden sie schon nicht die Köpfe einschlagen. Hoffe ich jedenfalls. Mal schauen. Ja, jetzt haben wir ja ein ganzes Stück zu gehen, um diesen Schlüssel zu holen. Aber ich bin mir sicher, auf dem Weg werden auch irgendwelche Dinge noch geschehen. Wahrscheinlich werden wir wieder in irgendwelchen Zeitschleifen feststecken. Das sind ja echt die geilsten Momente des Spiels und ich liebe es einfach, wenn sowas passiert. Diese unerklärlichen Dinge. Als wir dieses Quiz machen mussten und plötzlich stand alles Kopf total cool. Huch, dieser Zoom verwirrt mich immer. Da habe ich immer das Gefühl, jetzt passiert gleich was. Wir könnten ruhig mal schneller laufen, weil immerhin ist ja jetzt gerade auch kein Dialog. Aber vielleicht ist das nur auf dem Tower. Ah, okay. Hier rennt sie auch. Ist nur auf dem Tower so langsam gewesen. Vielleicht könnte man an ein paar Stellen doch eine Schnellreisefunktion machen. Also zumindest, dass man zum Beispiel von der Spitze des Towers nach unten ein bisschen schneller kommt. Aber ja, die werden schon ihre Gründe gehabt haben, es drin zu lassen. Sie wollten wahrscheinlich, dass sich das realistischer anfühlt. Oder sie wollten halt, dass das Spiel nicht so kurz ist. Das kann natürlich auch sein. So, wir gehen zu den Epiphany Fields. Schauen wir mal da vorbei. Und dann müssen wir, glaube ich, links. Aber ich gucke lieber gleich nochmal auf die Karte zur Sicherheit. Wer weiß. Nicht, dass ich mich verlaufe. Ich verlaufe mich ja sowieso überall. Ich verlaufe mich wirklich überall. Das ist ganz schlimm. Selbst Strecken, die ich hundertmal gegangen bin. Wenn ich mir dann überlege, hm, das müsste eigentlich eine Abkürzung sein. Meistens funktioniert das nicht. Sekunde. Ja, unten links. Oder? Ich glaube, wir müssen doch runter hier lang. Ich weiß nicht, warum Sie mich nicht mehr daran erinnern. Ich bin auch immer da. Ja, wirklich. Oh, und nicht sagen, aber mein Birthday ist in drei Tagen. Und ich habe eine Sache. Und du hast dich. Ich denke, Clarissa ist aus dem Land, also es sollte nicht sein. Well, Happy Early Birthday. In meinem Familie, wir feiern alle Woche, also du bist vier Tage lang. Du hast dich in die Mind State. Thanks. Ich bin sorry, ich weiß nicht, warum ich es nicht. Das ist nicht wahr. Ich war über... Ich bin über Clarissa, und... Well, I was thinking about my last birthday, when... Actually, sorry, never mind. This has nothing to do with anything. I'm just in a fog right now. No, come on, I want to hear this. It was last year, your birthday. Go. Just, this was when Nicole was in her car accident, and... So, of course, we cancel and go visit her, and I'm not gonna pout about that. It's common decency. It's fine. But afterwards, after this totally emotionally draining night, Clarissa still came over and surprised me with this huge cake, and we stayed up and watched all my favorite movies, and she didn't have to do that. That's sweet, actually. Anyways, my birthday is in three days, and I just hope she's okay. That's all. Wir machen diese Steindinger crazy. Ich hab immer das Gefühl, dass da vielleicht was ist. Ich weiß es nicht. Die An... Oh? 1 051 Anomalie. Was ist das? Das ist ja crazy. Tatsächlich, man. An den Steinen ist was. Da muss man das Radio anschalten, und dann findet man irgendeine Anomalie. Wie ärgerlich. Dass ich das jetzt nicht immer gemacht hatte. An manche Stellen kommen wir ja... Okay, das ist jetzt auch nicht das Krasseste. Man hört jetzt nur einen kurzen Sound-Schnipsel. Aber trotzdem, irgendwie schade. Ich hätte schon gerne die alle mitgenommen. Wenn sie schon auf dem Weg liegen, hätte man es ja machen können. Ah, wie ärgerlich. Das hätte aber wenigstens mal einmal erwähnt werden können. Wäre schon ganz nett gewesen. Naja, von nun an kann ich ja darauf achten und dann zumindest... Äh, berücksichtigen. Ja, das sieht doch gut aus. Wunderbar. Na, wenn hier nicht mal gleich ein Loop passiert... Dann fress ich ein Besen. Nee, lieber nicht. Ist mir schon mal passiert vor kurzem. Dass ich ein Fräsen... Äh, ein Fräsenbässen musste. Ich musste ein Fräsenbässen. Äh, ja, da gehen wir jetzt aber nicht runter. Wir gehen hier weiter nach links zur Main Street. Oh, komisches Geräusch. Ist das immer beim Speichern? Gruselig. Ich hatte aber auch eben wieder das Ding nicht richtig im Ohr, weil es mir rausgerutscht ist. Wie heißt denn das? Dieser Pinöppel halt. Dieser Knopf. Der Knopf im Ohr. Ich bin kein Steiftier. Nein. So, jetzt müssten wir ja da sein, wo der Schlüssel irgendwo ist. Das hier, oder? War das das hier? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es sehr nah. Die Musik ist hier so cool. Ich finde es richtig geil. Antiquitäten und Geschenke. Äh, jetzt muss ich voll aufpassen, wenn ich diese Steinformationen sehe. Huch. Okay, Blick nach unten. Hi, was? Where are you? How did she get up there? What are you doing? She's alive. You're alive. Man, I've never been so happy to see you in my life. Clarissa! What? Alex! Christ, what's wrong with her? Clarissa? Can you? Can you hear me? Alex, do you know what's happening? Is she? Is she gonna be okay? Okay, just what do you guys want? This isn't... This has just really lost its charm, I have to say. Alex, please, can you just... I don't know what you can do, but can you just do something? Please, just try anything. Like, uh... Clarissa! I can... I'll try, okay, I'll try. Clarissa, can you? Can you hear me? Alex, come on, just please try to get her down. Elise, please, some help. Okay. Clarissa, can you come down? Uh, she just looks awful. Dieses Geflüster ist super gruselig, finde ich immer. Oh! Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Is to dream about something like this. I... It's helped the others. Ren and Nona, they've gone through the same... Gone through what? Their children have gone through nothing. When you're off, the little machine has no more heart than a brain. No more heart. Uh... Is she... Okay? Or... She's... I think so. Clarissa, are you okay? You scared the crap out of us. I'm fine. I can... I'm fine. Okay. Are you sure? Because that didn't look great. Do you remember anything that happened? I remember... waiting in Fort Milner... and seeing you. That was a while ago. How did I get here? You don't remember how you got here? There's been, like, time disturbances or something, and I think that's what's been teleporting people around, so... and we just had one. Time disturbances. So you're just blank. No. I remember something. I remember you... with that radio... and I remember feeling like you were the reason all of this was happening. Wait, it's Clarissa's turn already? Yeah, it's my turn. What do you mean, it's Clarissa's turn already? I haven't even asked one question. Everyone's asking me. I get to do the asking now. Are you... Are you controlling this? It's, uh, my turn, if that's what you mean. And you, of all people, should know what my question is gonna be, because I'm not gonna waste it. Alex, what did you do? Explain why me and my best friend, and your idiot best friend, and your new stepbrother are all... Clarissa, please don't draw a chalk line here. Don't make factions. Just... We have to stick together if we're gonna make it through this. Jonas, now you're seeing who you're stuck to until graduation. Clarissa, seriously, I can vouch for this. This isn't her fault. It has to be her fault. Of course it's her fault. There's no other way this story goes. She creates chaos. She's... Listen to her, okay? She's pissed at the world, and she likes to take it out on me, and none of what's happening makes any sense anyway. I'm not. It's not a... No, come on, Clarissa. Let's not do this right now. You're gonna learn, Jonas. I swear to God, the town looks at her like she has a red letter tattooed on her frickin' forehead. Clarissa... And the giant, lit-up, Christmas tree reason why is that Michael is dead because of her. Because of her. Like, do you understand who you're living with? Clarissa, just shut up! Look around! We're not at high school where anyone gives a crap about your pet miseries. Michael was gonna leave town. He was free. He was out of here until this one convinced him to take her swimming for one last God-knows-what. And he drowned. He drowned in Horn Lake while this one could barely flap her arms. Clarissa... She is a... You are completely insane! It's like all those after-school specials that warn you about inhuman monsters. We're all secretly talking about you! Yes, the person who didn't kill her own brother is the monster in this picture, of course. Okay, I'm sorry. But enough! Clarissa, that's enough. It's too much right now. I can't... I can't believe... Ugh! She's... Nona, don't... Just don't think of me like... I don't... Just... Alex, this is none of my business, okay? None. But we came here to do a thing, and that thing is gonna get us home. So, let's get home. No. Uh, Clarissa, what are you... All the elves in free. Hey, whoa. Man, do you ever... Do you ever get deja vu? Jeez, I just got a serious thing of goosebumps from one. Boy. Oh, constantly. I'm like the empress of deja vu. It's kind of been my... It's kind of been like the theme of the whole night, really. Oh, I didn't know. Okay, well, the office that we gotta try to get into is, like, right there. So, let's try and whatever our way in. Oh, man. Yep, this isn't budging. Um... Clarissa is so gemein. I don't know about that. Aber sie war ja auch besessen. I think, yeah... I think we can just bust our way through, honestly. Okay. The lock looks pretty worn. I don't get enough breaking down doors in my life, really. So, I'm not gonna complain. BAM! Ha, das war ja easy. Okidoki. Das Bild können wir uns anschauen. Haben wir eine Box? Oh, geil. Wave-assisted lock? Whatever that means. Oh, duh. It says right here that each frequency is, like, a key to open the doors around here. So, they're, like, ID tags or something. It must work for the gate to Adler's house. Really? How does it work? Like, you just tune into the signal at one of the lock boxes, and you're in. I think. Ooh, wait. Wait, here's, like, a... Wait. What is this? Personal effects of Margaret Dorothy Adler. Why would her stuff be here? Didn't her family, or, like, hasn't her family been carting her things back to town? No, we can start back. I just wanna... Okay, here. Wow. Steal a boat and leave. Äh, okay. Das ging ja schnell. Thomas should concern. This island and its history is a lie. Jeez. She didn't have fond memories of this place, did she? What? What could that mean? I have been compelled by both forces outside of my control and my own willful concern for the safety of others to conceal the many truths about Edwards Island. But now, I feel any further inaction may carry a far greater risk. Many truths? Shh. Inside, you'll find two wall-equipped radios. I have commandeered the old Cardinal Station 140.1 and used it to relay clues to the nearby beacons buried throughout the area. Find these beacons and the notes within, and discover the true chronicle of the island. Oh, scavenger hunt! Oh, scavenger hunt! Scavenger hunt! Wait, wait. To whosoever finds the material, know that I am discomfited in keeping it hidden and ashamed for the lies I helped preserve. But also know that I acted in what I felt were the best interests for all at the time. And truly, for the interest of time itself. Margaret Adler. Oh, I've had, oh, I've seriously had like dreams about this. Finding a secret, digging it up, it turning out to be a mechanical unicorn? Yeah. We've all had the mechanical unicorn dream. But I think I'm ready just to go home. To be totally face up with you. Hm. Das ist ja alles sehr interessant. Also haben wir jetzt quasi auch erst die Info bekommen, dass wir weitere Informationen raussuchen können, ne? durch unser neues Radio, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass es damit erst überhaupt möglich ist. Aber wir haben das doch schon einmal geschafft. Das ist doch voll doof dann eigentlich. Hab mich gleich gewundert, dass man das sonst überhaupt nicht weiß, dass man das da anwenden soll. Aber was machen wir denn jetzt? Jetzt könnte man also so gesehen auch nochmal überall rumlaufen? Ich weiß nicht. Ist das so spannend? Ich find's ein bisschen doof. Aber vielleicht ist es ja auch anders gemeint. Oder es passiert jetzt gleich noch was, dass man doch noch ein bisschen rum muss. Ich weiß es nicht genau. Kann ja wohl nicht sein, dass man jetzt schon da hingeht und dann das Boot nimmt und dann ist das Spiel zu Ende. Man muss doch noch was herausfinden. Aber so ein Satz... Also wie eben da an den Steinen war, das setzt für mich ja noch nicht die Story eigentlich zusammen. Also soll ich jetzt zum Boot gehen oder wie? Sieht fast so aus, oder? Ah, da ist auch Clarissa dabei. Okay, ihr Lieben. Ich glaub an der Stelle machen wir einen kleinen Cut und dann werden wir uns hier anschauen. Ja, die Erinnerung wahrscheinlich von dem Tag, an dem Michael gestorben ist. Oh je, voll traurig wird das werden. Okay, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Oxenfree wieder. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.